und damit herzlich willkommen hier zurück zu rockers and resources soviet republic mein name ist der f ich begrüße dich ganz ganz herzlich schön dass du den weg wieder gefunden hast und wie immer gilt natürlich willst du nichts mehr verpassen abo dalassen glocke aktivieren gerne gerne kommentieren und natürlich leiten was das was das zeug hält was ist denn hier los warum fahren die denn alle hier los haben die irgendeinen auftrag bekommen oder was wir haben noch gar keinen strom hier gar nichts also es ist noch alles tot aber das ändern wir ja bald so lasst mal kurz gucken wir machen folgendes ich muss vor allen dingen mit dem geld haushalten so ein bisschen ich brauche hier ja genau dem das müssen wir gehen damit wir die hier auch ran bekommen muss ich jetzt zusehen dass die hier busse haben von a nach b bringen dann nehme ich aber den grünen was ist ja eigentlich los ist ja eigentlich wie ja hier ist aber keiner mit wasser weil keiner da arbeiten will okay das heißt wir müssen erstmal zu tun dass wir da noch leute hinkriegen wohnen kann man eigentlich das hier nehmen machen hier dieses viertel ist das finde ich eigentlich schlecht hier hat der auch welche 38 naja besser als nix besser als nix warum bin er da nicht ran doch geht doch sage ich doch na komm so okay dann haben wir da was dann müsste das auch ein bisschen schon mal laufen was ist denn hier los ey was haben die denn alle hier warum fahren die alle los jetzt fahren sie alle wieder parken ja ist auch geil so wie siehts aus läuft jetzt mal einer hier ins wasserwerk rein die kommen dahin ok sieben leute sind da wir haben aber noch keinen strom ok hier ist jetzt fett stau warum auch immer ok pass auf du fährst von hier nach hier keinen großen aufriss machen ähm endstation so und die nahe und die linie äh das ist äh gut dorf city bus 1 so ok äh das ist jetzt müsste es passen ok pass auf go 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 so müsst hinten lang fahren ein bisschen strom hier schon mal das ist schon mal nicht schlecht na ok ok hier ist auch schon strom wir sind soweit zufrieden wie es mir scheint machen wir mal voll hier machen wir mal voll hier ich hole mal ein paar neue leute ran wir brauchen sie einfach ok das läuft wie siehts hier aus hier können wir auch noch welche reinholen und hier haben wir voll ok das ist in ordnung das kann so bleiben das scheint jetzt hier zu funktionieren ok wasser scheint auch zu klappen siehts aus mit abwasser ok building is without drinking water denn mit keine ressourcen abwasser kommt ok hier füllt sich wasser ok der hat der hat kein wasser jetzt hier dann kriegt der wasser ist doch kein problem wir müssen erstmal erstmal ein paar kleine dinge beheben ok jetzt müsste es aber gehen ok ok gebäude ist ohne strom ja das läuft noch ein bisschen unrund ok das läuft jetzt ohne probleme ohne probleme ah hier hinten fehlt noch ein strom alles klar hier hinten fehlt halt noch ein strom hast du arbeitskräfte dabei acht studenten ach studenten was soll ich mit studenten die brauche ich nicht hier ach das läuft noch nicht so ok ok um den rest kümmern wir uns ok hier ist noch kein strom ähm ok dann nehmen wir versuchen wir mal direkten stromanschluss dran zu machen nicht topographie das brauche ich kein trinkwasser kein trinkwasser kein trinkwasser ok die haben noch kein trinkwasser abwasser haben sie auch noch nicht wie es aussieht ok also müssen wir erstmal für trinkwasser suchen äh suchen sage ich schon sorgen ok ok haben wir das und den abwassertank machen wir auch noch kriegen wir den hier reingepackt ne geht leider nicht meine soll ja eh in die richtung also packen wir den so hin so ok dann Wasser sollte das kleinste problem sein das sollte eigentlich gehen ok kommt was an noch nicht ok kommt auch noch nichts an ja ok Quelle sendet keine Ressource jetzt produzieren sie wieder jetzt kommt wieder was jetzt kommt hier wieder ein bisschen was es läuft halt noch nicht ganz rund aber es kommt was gut ok sollte hier hinten auch was sein ja hier tut sich auch ein bisschen was die Wasseruhr dreht sich sehr schön so Thema Abwasser ja da ist ein bisschen was drin naja ok hier ist noch kein Strom aber da kümmern wir uns auch drum hast du was dabei ja du hast was dabei so ok pass mal auf ihr habt jetzt mal einen Job da brauchen wir nicht hin da brauchen wir hin wir brauchen auch unbedingt Leute ich schicke euch jetzt dass ihr euch hier mal verteilt denn da hinten geht nicht damit wir euch hier mal hinten welche haben so jetzt verteilt euch hier damit zumindest ein bisschen was passiert stromtechnisch warum hallo ich habe euch gerade gesagt wo ihr hin sollt einer natürlich jetzt nicht der Burner oder das ist ohne Strom ja ist klar ja ist klar es läuft noch nicht so rund wie es sollte aber das kriegen wir hin so so viel dazu machen jetzt folgendes das hier sollte ja eigentlich jetzt funktionieren ok Kultur ist ein bisschen Krankenhaus hast du direkt vor der Nase aber egal das ist in Ordnung jetzt mal ganz kurz gucken dass wir hier die Leute hoch bekommen beziehungsweise das ist in Ordnung damit können wir leben Sportart habt ihr direkt um Ecke und da könnt ihr auch hin eiern also erzählt keinen Scheiß ok also wir brauchen jetzt auch die Leute hier oben damit wir die Bagger bedienen können das heißt wir gucken uns mal die Gegend an wie es hier aussieht hoppala nicht so weit rein wenn wir die hier schicken könnten dahin schicken wir könnten dann dahin schicken müssten wir hier hinten irgendwie hoch bauen pfff ok machen wir anders weil wir müssen ja irgendwann mal anfangen zu exportieren Kohle oder sowas und ich befürchte sowieso dass ein Kraftwerk dann auf Dauer ja eh nicht reichen wird also was bleibt uns anders übrig anbau also bauen wir uns jetzt hier ein Plattöchen bauen dann die nächste Stadt hoch ich könnte das mit Geld machen das würde schneller gehen aber das würde uns dann den Unsummen ausarten das muss ja nicht sein also machen wir es so na komm so wild ist es nicht mehr hier bei denen so viele Arbeiter brauchen wir auch nicht ja hier noch ein bisschen muss ja irgendwie Kohle ranbekommen damit wir ein bisschen was exportieren können das geht mir jetzt aber auf den Puffer hier meine Güte hier so hopp das Rad immer so schlimm ist ja wir gehen dann hier raus und gehen dann hier rum zum Exportieren das bleibt jetzt erstmal so da werden wir nochmal nachlegen gleich ähm was können wir denn hallo was wünscht euch denn am meisten Kindergärten na klar nur um die Ecke aber egal äh Kneipp und Taverne okay also ein Restaurant das können wir dir mal schnell geben das können wir dir mal schnell geben das ist dieses kleine Ding das Oktopus würde ich dir da jetzt nicht hinsetzen dann können sie das jetzt hin so okay und Na? Herr Gott, nochmal. Bau das noch. Wie sieht's denn hier aus? Bist du überlastet schon? Nee, da geht noch was. Ist in Ordnung. Also, wie gesagt, hier müssen wir jetzt... Alter. Manchmal ist die Maus echt... Bisschen doof. So. Also, Straße. Kommen wir da durch? Natürlich kommen wir dort nicht durch. Wie soll's auch anders sein? Ah. Love it. Love it. Ah, geht doch. Okay, anders. Geschäft. Zu groß. Was kann der denn da? Okay, der hat alles, was wir brauchen. Das können wir eigentlich hier hinpacken. Das nehmen wir mal. Da brauchen wir nichts mehr holen. Okay, haben wir auch. So. Dann brauchen wir... Kindergarten. Wie gehabt. Kindergarten. Schule. Kann eigentlich hier vorne hin. Oder? Kann die Schule hin. Ähm... Bisschen Kultur. Ähm... Warte mal. Kurz eine Kirche. Die ist zu groß. Packen wir hier mit hin. Haben wir auch. Äh... Schule haben wir. Plattform Station brauchen wir. Auf jeden Fall. Dann nehmen wir... die hier. Ah, warte mal. Das ist doof, wenn wir das so machen. Wenn wir da noch eine Straße durchziehen. Was wir machen sollten. Na, machen wir es mal so. Äh... Papp, papp, papp. Schule, Kindergarten, etc. pp. Kirche haben wir... auch. Kneipe. Das Ding. Das ist auch in Ordnung. Es ist mir zu klein. Viel zu klein. Es ist mir zu groß. Na. So, machen wir das. Ähm... Schule haben wir. Waiting Station brauchen wir nicht. Sport. Gibt es den Athletik Club. Ist mir zu groß. Und dann kennen sie den hier von mir aus auch noch. Läuft auch unter Sport. Ich weiß zwar nicht, ob das unbedingt Sport ist. Aber in Ordnung. Wir nehmen es mal so hin. Gim. So. Okay. Ja, es ist... Eine Uni. Können wir eigentlich auch noch mit hier hinpacken. Deck neben der Kneipe. Warum nicht? Kann man doch machen. So. Neben dem Kindergarten eine kleine Uni noch dazu. Why not? Why not? Frage ich nur. So. Dann haben wir das auch. Zack. Bum. 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 Okay, den haben wir auch. Den passt auch. So, okay. Das haben wir. Sehr gut. So. Schule haben wir. Das haben wir. Monumente haben wir. Krankenhaus haben wir noch nicht. Aber das kriegen wir gleich. Naja, das ist doof. Ist mir zu klein jetzt. Doktor's Office. Doktor's Office. Zu groß. Zu groß. Zu groß. ist das kompliziert, wenn man nur ein einfaches Krankenhaus haben will. Viel zu riesig. Also krankenhaustechnisch habe ich echt ein bisschen wenig Auswahl, Leute. Na, das geht. So, okay. Das haben wir auch. Jetzt natürlich Feuerwehr etc. pp. Könnte eigentlich auch mit hier hoch, ne? Aber da müssten wir wieder. Ah, die passt da wieder nicht hin. Ah, die passt da wieder nicht hin. Aber passt die da nicht hin? Ne, auch nicht. Mann, ist das ärgerlich. Ah, das ist für mich aber keine Feuerwache. Das sieht irgendwie doof aus. Ist mir zu klein. Viel zu klein. Gott, die werden ja immer kleiner. Vier. Irgendwie, ne. Wir sind irgendwie alle doof aus. Wir sind irgendwie alle optisch nicht so... Die können wir aber da noch mit hinpacken. Da stürzt sie keinen. So, okay. Ich hoffe, dass das von der Entfernung her reicht. Dass wir die da schnell hochbekommen. Okay. So. Das Größte haben wir jetzt hier schon wieder. Jetzt machen wir noch mal schnell ein, zwei Häuserchen. Müssen wir nicht so langsam auch wieder dem Ende entgegenkommen. Ähm. Mal mal anders machen. Mal die hier nehmen. Finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde die eigentlich ganz optisch ganz cool. Na warte, wir warten mal ab, bis das fertig gebaut ist. Vor allem, wir müssen echt anfangen, die Kohle ja loszukriegen, warte, ich muss ja erstmal produzieren, ne? Leute sind da, aber es fehlt Kohle, Erz. Da kaufst du keine Kohle ein? Ey, da läuft. Okay, der Abwassertank ist überfüllt. Okay, der ist tatsächlich voll. Ja, ich weiß auch warum der voll ist, weil der noch nicht angeschlossen ist, den haben wir noch nicht angeschlossen. Okay, wo müssen wir denn hin? Da hinten hin, ne? Da direkt rein am besten. Okay, pass auf. Zwei Meter ist zu wenig, dann machen wir es anders. Nee, so geht es nicht, ich muss ja runterkommen damit. So, wir machen es auf drei... Nein, du sollst tiefer. Auf 16 geht es nicht, den kriegen wir da nicht rein, aber 13 würde gehen. Dann müsst ihr ja auch Gefälle haben, okay, dann gehen wir auf 13 Meter. Come on, das gibt es doch nicht. Ob das geht, wage ich mal zu verzweifeln. Ja, eigentlich müsste ich da echt runter. Okay. 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 Na, das müsste eigentlich gehen. Da ist auf jeden Fall Gefälle. Alter, das ist echt... Ich hoffe, das klappt jetzt. Baut das fertig. Ja, ich glaube, es fließt, ne? Ja, jetzt ist leer. Alles klar. Hat geklappt. Sehr gut. Ein Problem weniger. So. Aber... Wie sieht es denn jetzt hier aus? Wegstechnisch? Geht's gar nicht? Okay, das geht jetzt, komischerweise. Hm. Aha. Okay, das klappt. Dann können wir den hier wegnehmen. Obwohl... Ne, da macht man einen Kreis. Ne. Ne, 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 ne. Okay, wir wollen nämlich mit der Straße nochmal lang eiern. Und dann brauchen wir ein bisschen Platz. Okay, passt. Ja, ja. Ja, ja. Okay, die haben wir auch. Sehr gut. Hier ist alles im grünen Bereich. Hier fehlt's noch an Strom. Bei der Zeit brauchen wir auch noch Autos. Okay. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt auf der anderen Seite dasselbe Spielchen nochmal. Mal. Zu viel. Jawohl. Ach, komm. Können wir da den Straßenzug machen? Oh, dann machen wir's so. Und dann sollte das doch eigentlich funktionieren. Ist auch geil, ne? Du musst erst mal so weit rausziehen, dass es hier überhaupt irgendwie funktioniert. Ab zur Kirche. Alle Wege werden nicht angeschlossen können. Das macht aber nix. Ausnahmsweise mal nix. So. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall noch eine Sache. Und zwar, wo ist es denn jetzt? Okay, haben wir auch. So, ihr geht wuseln. Macht das. Schön, schön. Aber, liebe Freunde, das soll's für heute erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Hinterlasst doch gerne ein Däumchen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed. Und sieg. Tschüss, bloß. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020